Hallo Leute, heute mal ein Witz mit Popcorn. Viel Spaß! Fragt die Verkäuferin den Kunden, das Popcorn süß oder salzig? Darauf er, äh, so wie meine Freundin. Dann die Verkäuferin, tut mir leid, hässliche Popcorn haben wir nicht. Oh mein Gott, die explodiert bestimmt. Das war's auch schon. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss!